So Computer verwenden, ein Mann der den Rögel Müll rausbringt Das ist nicht ungewöhnlich Das ist nix exotisches, das ist was ganz normales So, was denn? Naja, ich mein, wir müssen noch gucken, ne? Aber wenn wir alle durchgehen Ich habe bei, ich habe da ein bisschen Bedenken bei der Anime-Seite So, okay Bier, 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 Bier Nimm das Bier, nimm die Bier, los, nimm die Bier So Los geht's, ja warte, warte, jetzt hier Erstmal kurz Kippchen Hängen die gerade alle fest, oder was? Oh nein Oh, ich glaube die hängen gerade, ich glaube die sind gerade alle festgebackt, oder? Kann das sein? Die Mitarbeiter Okay Ist egal Ist egal, wird Zeit die Belegschaft zu wechseln, ja Ist halt noch sehr buggy, ne? Ist Early Access Die kaufen trotzdem Team-Meeting Wegen Rain, ich weiß nicht genau wegen wem Oh, warte mal Ja, alles klar Jetzt, jetzt läuft's wieder Okay, cool So, warte So Alles klar Ich find's eigentlich chillig bei A und B hier auf dem Fahrrad rumzufahren Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie chillig So, jetzt, äh, hier Richtig, ne? Ja Oh, ist okay So So, warte Oh ja, okay, oh ja, Entschuldigung Leute, Entschuldigung Natürlich Natürlich Ähm, ach, hier ist das Krankenhaus, ne? Okay, warte E-Kroma wieder Ja, Entschuldigung Ich bin's nicht gewohnt, ja, ich Und ganz ehrlich Kleine Stärkung, wir hatten eine lange Nacht hinter uns So, okay, let's go So Jetzt machen wir's, jetzt ziehen wir durch Jetzt Profis in Club Der Song heißt Baby, It's You Von Revelday Okay, warte, warte Und jetzt hier Hier direkt wieder rein, ne? Warte? Ja Okay, warte Da-dam Bam-bam Und dann nochmal links Okay, alles klar Jetzt beginnt unsere Hauptarbeit, glaub ich Hey, da ist der Marker von der Map wieder Da ist der riesige Map-Marker Bessere Textur als manches Triple-A-Spiel Nice Schön, dass er da ist Wow Okay, warte Huch Und Serum whatever Was? 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 Was ist schon ein bisschen eingerostet? Ich hab grad keine Zeit, das zu identifizieren, was da steht Äh, die Musik Hey, hey, hey Na? Hier ist Santa Wer will sich auf den Schoß setzen? Okay, Serum whatever Vielen, vielen Dank, liebes Serum Dankeschön, Dankeschön Oha, oha, oha Oha, oha Okay Mein Russisch ist auch eingerostet So, weiter Ganz kurz, wir müssen eben mal Sie tanzt schon wieder, okay Bei der Musik Ich mein, der Gesichtsausdruck passt, ne? Der wird sich gleich ändern Da, nimm mein dreckiges Geld Ha, 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 ha Hier falle ich dir gut Hört ihr diese Matratzengeräusche im Hintergrund? Hört ihr das Geräusche im Hintergrund? Ähm Oh, okay Ah, da guck dir mal die Beine an, die ist broken Die ist komplett Das ist einfach Das ist gesundheitlich nicht korrekt Ich sollte den Krankenarzt, äh, den Krankenarzt Ich sollte den Krankenwagen rufen Das ist nicht, alter Was hab ich denn? Was ist denn hier? Es gibt keine Zeugen Oh, ich komm hier nicht weg Es gibt keine Zeugen Vollkommen zerstört, aber auch vollkommen zerstört Erstmal ein isotonisches Getränk So Holy shit So, Santa Claus Äh, wo wohne ich eigentlich? Ich seh mich hier immer nicht Ach, unter dem Haus, da, rechts Sag mal, kann ich nicht eigentlich, warte mal Ich geh mal kurz hier raus, warte mal Warte mal, warte mal Kann ich nicht hier hinten lang? Hm Hm, 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 hm Da ist die Rewe-Tankstelle, komm ich hier hinten nicht irgendwie beim Hi Ach shit, ich guck mal da oben auf diesen roten, auf diesen roten Dingens Ich guck mal auf den roten Map-Marker Okay, okay, warte kurz Was? Was, Rache? Was? Ist das der Vater von der Kleinen? Ist das grad der Vater von der Kleinen? Was hab ich, was hab ich, was schlotzen? Warte, Rache, was, was hab ich gemacht? Ich war's nicht Ja gut, vielleicht schon, aber Es gab keinen Zeugen, ich schwör's Frohe Weihnachten, das hat, ganz kurz Hallo, liebe Raider, hallo, hallo, vielen Dank, egal, ich weiß nicht Toro, 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 ihr kommt grade richtig Ihr kommt grade richtig Ihr werdet merken, was ich meine So, kein Auto da, okay, warte kurz Oh ja Ihr kommt grade richtig Magst die Musik leiser stellen? Natürlich Hey Girls Es ist ich, der Zuckerpapi ist zurück Oh Baby, yeah Schmeiß die Fuffis in den Club Und geht nix mehr zurück Warte, ich mach mal ganz kurz die Musik ein bisschen leiser, ja, weil wir wollen das Geräusch ein bisschen hören, warte Fragt bitte nicht, was wir hier grade machen, ja? Fragt einmal bitte nicht, ähm Warum geht er nicht zu der ersten Frau rechts? Ich weiß genau, was du vorhast So, es geht aber auch hier so weiter, was, mit bisschen Hotgrass Poolstream, was? Nein, hier ist alles, hier ist alles, guck mal Guck mal, ist einfach, die kenn ich doch von, von Overwatch, oder? Gefall ich dir gut? Oh ja Baby Ich glaub, die springen grad über die Möbel, ne? Die springen grad übers Sofa, so Kannst du bitte leise sein? Ich muss mich konzentrieren So, wie sieht's mit ihr aus? Ich glaube auch, das ist keine gesunde Position So sollte niemand liegen, glaub ich, ne? Ok, crouchen geht ja leider noch nicht so richtig Man hört das Sofa-Geräusch nicht Kann ich das hier lauter machen, vielleicht? Moment Beim Knie schaut schon das Kabel raus Ja, es war kein Kabel Ich wusste das nicht So, ok Aber dann war's halt auch egal So, warte kurz Du hast ihre Prothesen verbogen Warte, warte, warte Ok Wir müssen halt auch im Zusammenhang mit dem Spiel, ja Ja Warum gehst du nicht zur ersten Frau rechts? Weil wir das ganz am Schluss machen, natürlich Ja, ganz am Schluss Ok Warte kurz Ne So gut von Bang Bang, warte kurz So gut von Bang Bang, warte kurz Ok, jetzt Vielleicht so So, ganz kurz Chat Ähm Worauf habt ihr heute Appetit? Wonach steht euch der Sinn? Ähm Wonach Ich mein Mitte links Mitte links Ok, warte, ich guck mal kurz Mitte rechts Ne, sie hat man, ne Ok, warte, ich mach Sie sieht halt so unmotiviert aus, so Weißt du, guck mal Sie sieht ein bisschen unmotiviert aus Achso Also das ganz, ich bin ganz ehrlich Ich hab hier ein bisschen Schwierigkeiten Ich find das ganz, ganz fragwürdig Und ich weiß nicht genau Ich glaube das Lassen wir mal lieber Das ist so ein bisschen sehr schwierig Ok Sie macht das wegen dem Geld Ja gut, dann nimm's halt, komm Ich mein, wir haben's doch Schon wieder 4.000 4.000 in der Kasse Komm, nimm's einfach, hier Gefall ich dir gut? Natürlich Zur Musik So, ok, wie wär's mit William Die springen einfach auf dem Sofa hin und her Man kennt es ja Was ist denn mit den Beinen immer? Ich bin ganz ehrlich, die sieht ja auch nicht fröhlich aus Die Raider wissen gar nicht, dass die Tankstelle existiert Oh stimmt Ich muss vielleicht nochmal erklären, Leute Äh, die Leute neu hier sind Warte mal kurz Ähm Warte kurz Ich erklär's nochmal kurz Oh ok Bremse schwierig Wir sind eigentlich 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 So, wir sind eigentlich Rewe-Mitarbeiter Also wir betreiben, wir sind eigentlich Geschäftsführer vom Rewe hier in der Stadt Und äh Der Rewe läuft aber gut, wir haben Mitarbeiter Ja, wir haben Mitarbeiter, die kümmern sich um alles Ich muss nur ab und zu mal Waren nachbestellen Momentan sieht's aber gut aus Obwohl, naja, ich muss glaube ich wieder nachbestellen Der Lachs ist wieder alle Ja, ich guck mal kurz So Also eigentlich Ja, eigentlich So Ich bestell mal kurz Waren nach Nur damit ihr das auch seht, ne Dass das auch wahr ist So, hier Ich bestell von allem mal das Maximum Und die müssen wir gleich nochmal schnell einsortieren So Das frische Sushi von der Tanke Genau so Ah, da wird grad Reifen gewechselt Wir haben zum Glück für alles Mitarbeiter inzwischen Wir müssen gar nicht mehr selber tanken Nichts mehr machen Die Mitarbeiter kümmern sich um alles Außer ums Einräumen So, warte kurz Justice for William Ich hab den armen Kerl noch nicht vergessen Der William ist aber wieder da Der arbeitet doch wieder hier Unter anderem Namen, der heißt jetzt Robert So, warte Neues Bier Warte kurz Noch ein paar Kippen ins Regal So Habe grad Ich habe gehört, dass die ganzen Rust Spieler sind alle sehr starke Raucher Sehr, sehr starke Raucher Deswegen das mit den Kippen vielleicht ein gutes Feature gerade So Okay Noch ein bisschen Eis So Der Toro hat grad bitte geschrieben Er wollte mehr schreiben, aber er hat drei Kippen in der Hand Er kann gerade nicht Er bittet um Rücksicht Wieso ist denn jetzt hier ein Eis Wieso ein Eis hier im Regal Ist auch egal So warte Okay Ähm So, jetzt noch ein bisschen Jetzt neue Lachs Komm, hier kommt neue Lachs rein In die Tiefkühli So, ich hab aufgeladen Ja komm, hier geht Wow, die ist sehr Sehr laut Okay, sorry an alle die aufgewacht sind Das ist sehr laut Jetzt ist sehr leise Okay Upgrade Ach Gott Ich zeig dir eigentlich immer ein Upgrade Ach stimmt, das hat ja so eine scheiß Bremse, ne? Oh Gott Äh, wo muss ich hin? Ich versuch mich Find's gut, wie ich durch die Karte durchgucken kann Ich seh nichts Okay, weiter Zweite links Zwei der links, let's go So Da hinten sind wir schon Und da hinten Hier ist wieder, aus irgendeinem Grund ist hier dieser Mapmarker Keiner weiß genau, warum wir hier so einen Mapmarker haben So einen riesigen Man weiß es einfach nicht Moin Ja, ich tu's wirklich Oh ja Papa hat ein Moppet Ja, ja, ja Na Girls Warte, warte Kann ich? Okay, Kickstarter geht leider nicht Das geht erstmal full speed Ja, alles klar, gut Okay Haben wir schon gebumst? 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 Was muttert Mut? So, hier. Nimm die dreckigen Lappen. Die ist aber richtig happy, ne? Die ist richtig happy. Wie die schamhaarlose Fraktion wieder eskaliert. Vorne rechts, vorne rechts. Die ist oben ohne. So. Wieder im Eskalieren. Okay. Die fühlt es halt richtig gerade, ne? Die fühlt es wirklich richtig. Aber ich glaube, ihre Klamotte ist kaputt. Guck mal, an der Schulter. Warte mal. Oh, ja, die braucht dringend finanzielle Hilfe. Oh, Mann. Sie braucht dringend finanzielle Hilfe. Oh, schade. Das ist wichtig, dass man da auch finanziell zur Seite steht. Wenn Menschen in Not sind, dann muss man einfach auch mal, also ganz ehrlich, wenn es für die Kleider nicht reicht. Gefall ich dir gut? Ah, draußen regnet's. Draußen grau. Kein schöner Tag. Aber drinnen. Wieder eine kaputt gebumst. Wieder eine zerstört einfach. Zerstört! Was soll ich da, was soll ich da sagen? Oh, äh, okay. Man kann die Andis sehen. Okay, nice. Ähm, toll. Ich. Schwierig. Ich möchte es nochmal erklären. Wir hüpfen hier gerade über die Sofas, ja? Das hier, das hier ist so eine komische Bauschaummatratze, ja? Die quietscht nicht so. Wir sind vorher hier über die Sofas gehüpft. Hier auf den Dingern. Das ist das Geräusch, weil wir hier immer so quietschen, 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 quietschen. So nämlich. Ja? Wollte ich nochmal sagen. Und davon ist sie sehr erschöpft jetzt. Sie ist sehr erschöpft. Okay. Ich hab noch ein Fahrrad übrig, oder? Das Bike ist wieder da. Aber ist wieder so laut, ne? Grog macht's auch mit jeder, du Flittchen. So. Okay. Wo war das nochmal? Wo war die Abkürzung, wenn ich hier durchgehe? Ich schau mal kurz. Die Arme hat sich beim Hüpfen das linke Bein verdreht. Ja, das passiert halt. Das, das kann manchmal passieren. Wir wissen alle, wer noch fehlt. So. Okay. Oh, das hab ich noch gar nicht gesehen. Wow. Wow. Ganz anderes Spiel auf einmal. Wow. Das ist ja wie... Wir spielen gerade No Man's Sky. Man kann all die Planeten da oben bereisen. Die Weißhaarige. Was ist mit der mit den weißen Haaren? Sag mal, Chat, was ist hier mit euch, Chat? Was ist hier mit... Ich mein, guck doch mal. Ich glaub, die ist VTuber, oder? Die ist VTuber, ne? Die ist bestimmt 40. Ich glaube auch VTuber. Die freut sich so. Nein. Nein. Ich habe ihr Geld gegeben, damit sie hier nicht arbeiten muss. Mary Bo, ich wusste das doch nicht. Ich wollte einen Tankstellensimulator spielen. Das erste Mal wollte ich einen Klosimulator spielen. Und dann kommen diese Tanzmädchen. Und jetzt will ich einen Tankstellensimulator spielen. Und dann ist hier so eine Bumsbude. Ich will das doch gar nicht. Ich will das doch nicht. Immer dieselben Ausreden. Das wusste ich doch nicht. Gronk ist einfach ein Simp. Nein, das stimmt nicht. Aber bitte nimm mein Haus. Nimm mein Haus. Hier. Kauf dir Klamotten, Mädchen. Zieh dich an. Dir ist schon kalt. Du hast schon harte Nippel. Gönn dir. Gefall ich dir gut? So, alles klar. Ich glaube, wir brauchen halt neue Sofas. Dass wir den Beinen haben, die alle, ne? Ich glaube, das kommt vom Tanzschuppen, oder? Ich glaube, das kommt vom Tanzschuppen. Ich bin mir nicht sicher. Warte mal, das ist auf Twitch erlaubt. Naja, du kannst ja auch Witcher spielen auf Twitch. Das geht schon. Gehört zum Spiel. Ist aber nicht Hauptbestandteil. Glaube ich. Das Bein sieht nicht gesund aus. Ich hoffe, die ist krankenversichert. Ist jetzt nicht mehr mein Problem. So. Wir haben alle. Wir haben alle. Hey Gronkh, diskutierst du über Essen wegen dem weltweiten Hunger? Es gibt weltweiten Hunger? Also alle auf der Welt, alle auf der Welt haben Hunger. Ist das, habe ich das? One more time. Eine fehlt noch, eine fehlt. 100% Run, eine noch. Ihr meint, ihr meint die hier, ne? Ihr meint die hier. Ich habe auch gerade Hunger, das stimmt schon. Ja, ich habe auch Hunger, das stimmt. Okay, warte. Oh, Chat. Oh, Chat. Beschwert euch beim Chat. das stimmt. Ist das furchtbar, Alter? Das ist so furchtbar. Das ist doch so furchtbar. Ich habe nur die Musik geändert. Hä? Ich habe nur die Musik geändert. Ich weiß nicht, was ihr habt. Hä? Ich habe doch nur die Musik geändert. Was ist denn jetzt mit euch? Hä? Jetzt auf einmal FBI-Vibes oder was? Gefall ich dir gut? Geht. Bedenkt, wir springen nur auf dem Sofa rum. Ja, wir springen nur auf dem Sofa rum. Es ist, äh... Ah, sie schläft und ist angezogen. Ja, sie ist noch angezogen. Sie ist angezogen. Ihr Auge ist aber offen. Ich glaube, sie ist tot. Sie ist ungünstig abgerutscht beim Springen. Ist ungünstig abgerutscht. Das Genick war noch nicht vollentwickelt. Hat einmal ganz kurz knack gemacht. Wie so ein trockener Spaghetti und dann... So. Gut. Das war schön. Jetzt wieder zur Arbeit. Jetzt haben wir wirklich alle. Ich meine... Wir haben 11.000... Oh, wir haben 11.000 auf der Bank. Ähm... Ist das auch mit William passiert? Darüber möchte ich nicht reden. Darüber möchte ich nicht reden. Der Geldbetrag. 666. Hier stimmt einfach alles. Hier stimmt einfach alles. Jetzt kann ich beruhigt schlafen gehen. So. Ähm... Ich war... Ah ja, Autos. Wir wollten auch Autos holen, ne? Okay, pass auf. Ich hab ne Idee. Das ist... Ganz fragwürdig. So. Bester... Bester Geldbetrag. Im... Ne, im Casino geht sowas nicht. Ich... Oder? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Da kann man nur Geld so werfen. Glaube ich. So, warte. Nö, 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 nö. Ich fühl mich... Ich fühl mich sehr, sehr schlecht gerade. Wieso zwingt ihr mich zu sowas? So. Ein neues Haus zu legen. Ich weiß nicht wo. Ist ja auch noch LXS, ne? Achso, ich muss warte mal. Warte mal. Der hört sich komisch an. Fährt auch ganz anders. Gefall ich dir gut? Ist gut. Ah, ich parke hier. Oh, was ist da passiert? Vorbel 1 Motor. Ja. So. Fahrphysik wie Cyberpunk. Ich bin ganz ehrlich. Der gelbe Wagen fährt sich besser als die Autos in Cyberpunk. Ohne Witz. Also wirklich ganz ohne Witz. Unten rechts alles ausmachen. Mal gucken, was passiert, wa? Okay. Dankeschön! Okay. Oh ja, fährt sich auch nicht so anders. Okay. Da ist ein Fußball. Okay, schade. Äh, komm ich da durch? Natürlich! Natürlich! Oh Gott. Boom. Achso, jetzt mit R und dann W, ne? Ja. Ganz merkwürdig. So. Okay, nice. Nice, 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 nice. Nice to have. Okay, cool. Ähm. Wir haben, glaub ich, alles durchgespielt, ne? Ich glaub, wir haben alles durchgespielt. Die Musik ist toll gerade. Wir können auch das letzte Auto kaufen. Just for fun. Achso, wollte ich gar nicht. Preise noch hochschrauben. Casino nochmal. Die tanzen wir nicht im Casino. Ich glaub, die gehen nicht. Also, wir können's probieren, aber ich glaube, die gehen nicht. Was ist das für ne Musik? Sag mal. Let's ride my baby blue bike. Let's build the biggest castle in the sand. Was ist das für ne? Geile Mucke. Der Texas D. Ich denk gerade über mein Leben nach. Okay, warte mal. Alpha-Wende machen wir gleich. Okay, warte mal. Ich bin der da. Okay. Alpha-Wende machen wir gleich. Ich geh nochmal schnell zum Casino oben links. Ich weiß gar nicht, warum ich zu Fuß gehe. Ich hab keine Ahnung. Hast du nicht gerade Kindermusik an? Ja, stimmt. Aber das passt so gar nicht.